Hallo Helena, schön dich zu sehen. Hallo Mark, was ist dein Beruf? Hallo Mark, was ist dein Beruf? Ich bin Lehrer und du? Arbeitest du oder studierst du? Ich bin Lehrer und du? Arbeitest du oder studierst du? Ich bin Studentin, aber ich arbeite auch als Verkäuferin. Ich bin Studentin, aber ich arbeite auch als Verkäuferin. Das ist toll, was studierst du? Das ist toll, was studierst du? Ich studiere Medizin. Ich möchte eine Ärztin werden. Ich studiere Medizin. Ich möchte eine Ärztin werden. Ich studiere Medizin. Ich möchte eine Ärztin werden. Ich studiere Medizin. Ich studiere Medizin. Ich studiere Medizin.